ja moin moin und herzlich willkommen ich grüße euch alle ganz herzlich mein name ist daniel und ich möchte heute wieder groß zurück und breakpoint spielen und ich habe mir hier ein fahrzeug ausgesucht und ich möchte diese fahrzeug fahren also das ist ein teamfahrzeug man kann auch mit spieler zusammengefahren das ist ein lc4 koalition und weg zwei schützen eine schluss ist ein guter auto nicht schlechter nicht schlechtes auto da sind auch hier die anzeige das sieht auch gar nicht so schlecht aus das koalition ist ein leichtes schnell angriff fahrzeug dessen gesteuerte geschützt und beifahrer schießt aus bedient wird nicht schlecht es geht das ist das so dass sie das selbe lassen mal starten mal zurück spieler einladen spiel jemand so der kollege das spielteam kann ich habe ein paar mal einladen geschickt und der reagiert damit wenn man kann auch online spielen mit fährere ich habe viele freunde und manche schläft es ist klar es ist 8 uhr und da manche arbeitete habe immer noch urlaub ich habe ganz nah gespielt einsteigen dann geht es los so sieht es aus, wie schlecht, da bin ich, heißen sie mit kardaniens 420, wenn sie Interesse haben, können wir uns zusammen spielen online, schicken sie mir eine Freundschaft und dann ich verstehe das und wir können uns online zeigen, es macht Spaß, ich spiele ganz andere Spiele in ich habe diese Spiele seit ein paar Wochen gespielt, aber ich spiele ganz andere Spiele, FIFA, Call of Duty, Tennis, alles was gibt es hier, ich habe viele, viele Spiele, ich habe 4.000 Euro investiert, ich habe nicht nur diese Konsolen, also ich habe auch Xbox One X, aber ich habe jede Menge Spiele gekauft, ich habe eine Acht-Ferarbeit-Festplatte, was knapp voll mit den Spielen, und hier bei den PS4 habe ich auch keine Acht-Ferarbeit-Festplatte, auch voll, also ich habe jede Menge Spiele, hier zum Beispiel, das sind meine Spiele, die ich gekauft habe, also ich habe nicht nur die Spiele gekauft, sondern die Punkte für diese Spiele, akkurate und so weiter, ich habe ein paar Tausend Euro investiert, aber es tut mir leid, es macht auch Spaß zum Zocken, zum Spielen, so was habe ich hier noch, ich habe dieibelung, wo habe ich auch hier zum themen, so Jeden Mega. Oh, die Liste genau kommt an. Äh, das war schon mal. Wir lassen mal starten. Wie gesagt, du spielst viel PoloQ für andere Spiele. Und ich hab hier nicht so viel erfahren. Wenn jemand Interesse hat, können wir zusammenspielen. Und dann kommen zwei Wagen hier. Mal Ruhe bewahren hier. So. Jetzt, hast schon gehört, etwas Stimmig. Jemand hat hier geschossen. Und, ähm, schon ein Alarm hier. Hast schon gehört. Das sind zwei. Eine auf der linken Seite. Die linke Seite ist eine Gruppe. Auf der rechten Seite auch andere Gruppe. Aber wir fahren da jetzt. Jetzt fahren wir nach oben. Sind wir auch, schichert. ... in der Nähe verständ, finden und angreifen. Für Zatmung. Naja... Beroem in der Nähe. Identifiziere das zählen. Oh, auch die Wolfschützer. Auf der Seite unten. Viel getroffen. So. Noch jemand. Das waren hier die Wolfschützer. Die sind ganz gefährlich. Die sind die einzigen die gefährlich sind in diesem Spiel. Aussteigen. Auf der Seite. Auf der Seite. Auf der Seite. Auf der Seite. Oh, ich war schnell tot. Wie kann das so sein. Mann. Vielen Dank.